Alle Menschen sind wertvoll, nur die meisten Menschen, die wissen es nicht. Alle Menschen sind wertvoll, nur die meisten Menschen, die wissen es nicht. Und vielleicht fragst du dich jetzt, woran das liegt. Die meisten Menschen, die haben es einfach vergessen, die sehen ihren eigenen Wert nicht. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du es auch heute schon erlebt. Und du hast andere Menschen gesehen und hast dir gedacht so, wow, wie schön sieht er aus, wie schön sieht sie aus. Wie toll ist er gekleidet, wie toll ist sie gekleidet. Wie glücklich scheint er, wie glücklich scheint sie. Und wenn wir an uns selbst denken, dann sehen wir das ganz häufig gar nicht. Vielleicht hast du heute auch nicht gesehen, wie schön du aussiehst. Vielleicht siehst du genau jetzt gar nicht, wie schön du bist. Vielleicht siehst du nicht dieses Glück, was in dir steckt, was aber die ganze Zeit da ist. Und mein Herzenswunsch wäre es, dass du dieses Gefühl, dass du also so wertvoll bist, jetzt und immer ganz intensiv fühlst. Und weißt du, ich hätte dich nicht daran erinnern müssen, als du noch ein Kind warst. Du hättest mich daran nicht erinnern müssen, als ich noch ein Kind war. Als Kind haben wir uns wertvoll gefühlt. Wir haben uns frei gefühlt. Wir waren glücklich, offen, tolerant. Unser Leben hat sich so leicht angefühlt. Aber irgendwas passiert in den meisten Leben. Und vielleicht kennst du das. Wir vergessen diese Leichtigkeit. Wir vergessen dieses Gefühl, dass wir wertvoll sind. Aber weißt du was, dieses innere Kind, das ist die ganze Zeit da. Es ist immer da gewesen. Es ist jetzt in uns. Und es wird immer da sein. Aber manchmal müssen wir genau dieses innere Kind wieder genau daran erinnern, dass wir wertvoll sind. Dass wir es verdient haben, glücklich zu sein. Und genau das war mein Gedanke, als ich vor einem halben Jahr circa angefangen habe, ein Buch zu schreiben, was jetzt fertiggestellt wurde. Dieses Buch, das heißt, weil ich es wert bin. Und es möchte dich daran erinnern, dass du glücklich sein darfst. Es möchte dich daran erinnern, dass du nur dir selbst gerecht werden musst. Es möchte dich daran erinnern, wie wertvoll du bist. Und ich bin voller Vorfreude, denn dieses Buch, weil ich es wert bin, kannst du ab Sonntag vorbestellen. Alle Menschen sind wertvoll. Alle Menschen sind wertvoll. Nur die meisten Menschen, die wissen es nicht. Und wenn du dieses Gefühl, genau dieses Gefühl, noch intensiver erleben möchtest, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn mein Buch, weil ich es wert bin, auch den Weg zu dir und in deinem Herz finden würde. Schön, dass es dich gibt. Dein Björn. Ein Dr. Vielen Dank.